Lass ich den anschießen. Oh mein Gott, er gibt mir einfach Heatwave und hat mich nicht gekriegt. Davor? Wo sind denn hier die Gegner aus der anderen Seite? Also ich nehme... Ja, ist okay. Dieser Crazy-Doy ist einfach zu krass. Sollte vom Fenster weggehen, ich fand eh nichts mehr. Ja, geil! Ich glaube ich will zu seinem scheiß Bogen oder was auch immer das Ding ist. Ich weiß nicht mal wovon ich geglauben bin, irgendwie Pfeil und Bogen oder so, aber... Der Typ hier neben mir, der hat auf jeden Fall schon mal schön sein... äh seine... Hätten wir als Nunchucks oder was? Jesus. Ja, ich hab noch einen weggemacht. Der wird dich freuen. Boah! Diese Mord sind für dich kalt, ich kann nicht so schnell reagieren, ey. Davon nicht geht. Es baut hinter mir! Was ist das denn für'n Scheiß? Da haben wir der Auto... Auto-Sniper. Oh, Flamme-Wirper. Ja, nice. Du hast ihn geholt. Hm. Ach, den hab ich. Guckt euch das mal an. Soll ich das ganze Game gespielt, ey? Ich kann gar nicht snipen. Ach, du wärst der Letzte. Ja. Ja. Egalack-Shot, ey. Jetzt auch noch GG. Da schreib ich mal ein nicer, nicer. Wer steht da rechts? Wer steht da? Alles klar! Guckt ihr mal an, wie... ich steh' 11 zu 21 und steh' vor dem dritten Platz. Alles klar! Unser erstes Stück halt einfach 60-12. Alter. Wie man ist da direkt im Harzdorf? Weil's ein Fluchensohn ist. Dann hab ich einen Aim wieder. Von hinten. Ist auch noch Gold. Natürlich wirst du nicht Gold, aber ich. Sollte nur auf mich gegangen wäre. Oh mein Gott. Ist es... Ist es weak? Da ist noch einer. Der liegt am Boden! Ich hab... Ja, Pussy, das... Das ist eine Schande. Oh! Ich gebrenne aber auf einmal. Alles klar! Ich hab... Fehlbeleitung. Und ich bin Level 53. Nice. Wahrscheinlich kommt er grad lieber durch die Wand. Diese Decke ich denn mit dem... Kannst du den töten, bitte? Ne, ich will den nachladen. Ja. Jetzt hab ich den getötet. Ich hasse dieses Nachladen. Sorry. Ja, alles gut. Ist positiv? Ja. Von hinten. Oh, nicht viel, aber ich steh' positiv. Ich hab grad gedacht, du nicht hast... Nein! Oh! Ich hasse diese Flammen. Ich hab die zwar auch, aber ich hasse es, wenn ich damit getötet werde. Alles klar! Ich steh' wieder auf die Person und die kriegen keinen Schuss. Ich hab da einfach volle Kanne reingeballert. Ich hab einen Killnaut bekommen. Ja, ich auch. LOL! Sie haben doch... Hä? Sie können doch keine Drohne haben. Woher wissen die nur genau, wo ich gehen? Kann sie den hacken? Die haben doch nicht alle. Doch, vielleicht? Gut. Geil, zwei Drohnen. Ja, zwei Drohnen. Ja, ist es. Ja, war das ein Sniper? Die Schwebeladung? Ich hab alle. Ich hab alles. Ich hab alle. Ich hab alles. Wuh! Wuh! Komm, teammate, hol die bitte. Oh, ich steh' hier weg. Dankeschön. Das ist jetzt gekommen, ey. Die Sensoren erfassen das Drohne nähert sich. Bitte raps. Ein raps, oder? Nee, ich krieg so'n scheiß Teil, was ich nicht nutzen kann. Ah, ne, Blitzschlag. Okay. Du kannst einfach mal die Waffen ausmachen. Ja, dass du mich nutzen kannst, hätte ich gewundert. Waschkills? Was? Oh, eins! Ah, ein Kill. Aber ich bin zufrieden mit du, ich hab das Ding noch nie genutzt. Gott, bin ich schlecht mit dem Ding. Hallo? Hallo? Ja, okay. Leute, wir haben ein Orbi. Oh mein Gott, die sind alle hier in dem Haus. Ja, ich seh's. Ich hab Boxhandschuhe. Ich geh boxen. Geil, Scherfahrt. Genau da nicht. Wo wir sie gehen. Gut, dass ich auch nicht laufen kann, ne? Weil ich wieder so rumlegge. Ich liebe es einfach. Weil Harald's eh, der da hinten ist. Nein, wir sind beide gekriegt. Ey, ich stand 7, 2. Ich bin auf Streak. Nice. Jetzt, wo das Game rum ist, bin ich auf Streak, Mann. Ist doch schön. Jetzt so am Schluss. Wo man's nicht mehr wirklich braucht. Ey. Wir werden alle sterben. Ich bin mein Vorredner. Ich steh 12, 10. Ich bin schon wieder auf dem Platz. Ich steh 12, 11. Ey, ich stand 12, 6, ne? Oder 7 oder so. Ich steh 12, 10. Ich steh 12, 10. Und dann bin ich noch gestorben. Ja, ich stand 6, 10. Und hab mich dann noch irgendwie hochgespürt. Aber ich hab schon wieder keinen einzigen Flammenwerfer-Kill gemacht. Ärgert mich. Ich hab sogar 6 Assists. Oh mein Gott, das wär so schön. Dann muss ich auch zwei, drei haben, ja. Zwei. Ey, immer die Runden, die du aufnimmst und wo du gut bist, bin ich scheiße. Ja, ist wirklich so. Außer einmal, wo wir beide auf dem Scoreboard standen. Dann warst du auf dem zweiten, nicht auf dem dritten Platz. Ja. Ey, die Leute denken halt alle, ich bin übelkacke. Ja, RIP! Ich steu nach. Ich steu nach. Hier spielst du ein Gegnerteam. 100% bist du ein Gegnerteam. Danke fürs Leben, jetzt haben wir den. Oh, nice. Nein. Oh, nice. Also, durch den Move hast du in unser Team verschoben. Ja, perfekt. Das, was ich wollte, wieder versuchen wollte, nur mich zu boxen. Und ich ihn zweimal anschießen wollte, aber der ist trotzdem nicht gestorben. Ich bin schon wieder auf Streak. Hast du den? Ja. Ja. Den hast du nicht. Den hab ich. Hast du aber noch einer? Ja. Oh! Hä? Bei mir war gar keine mehr da. Max, Mann! Verwirrst mich total damit und dann steht einer hinter uns. Ja. Ja, da waren drei hinter uns. Zwei davon hab ich geholt. Ja, schön. Achtung. Feind Drohne näher. Reiniger. Hehehehe. Da kommt noch welche. Ich hab Reiniger. Er ist halt einfach mit Speed. Genau, Front. Ja, er kommt. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Oh Gott, ey. Was ist denn im Himmel? Hast du den bekommen dann natürlich nicht? Alles klar? Wir werden hier abserviert. Ein bisschen mehr Darmdruck niedrig. Hast du? Ach, vorne. Boah, der Typ mit dem Leid. Mann. Du hast nicht. Oh, lol. Kann ich. Kann ich. Easy. Hier, ey. Oh mein Gott. Ich bin so cool. Geht uns da auch mal. Was? Hehehe. So, ich hol mir jetzt die Raps. Ich schwör's dir. Ich hol jetzt die Raps. Oh Gott, nur drei Kills. Nein. Ich hab Drohne bekommen. Und nochmal. Die Überladung. Kann ich die noch nutzen? Ach, doch mal da. So, noch mit der Tür. Nice. Oh, ich steh positiv. Hat er nicht gesehen. Meine Freunde, seid ihr da? Ah, seid ihr. Okay, ich bin nur drei. So tot. Ich bin gerade so tot. Ich bin komplett rot. Und gegen den Englern komm ich nicht an. Ich will schon noch eine andere Farbe nennen. Yo, ich hab den Last Kill gemacht. Guck dir den an. Ich steh einfach negativ. Mhm. Aber Last Kill. Kannst du bitte jetzt ein Screen machen von dem Endscore und den mit reinnehmen? Du werd noch direkt da geholt. Hast du's gesehen? Er wird einfach geholt. Und zack. Trotzdem noch ein Kill wegen der Scheiß. Dann wird fein. Yes. Guck, du stehst auch mal da. Ja. Ja, schau dir den Score an. Ich hab einfach 900 Punkte aus dem Lausen. Schlecht Typ. Da hat sich wieder so eine Farbe durch reinkommen, ey. Es zählt wirklich mega. Dass ich einfach nicht die ganze Zeit auf dem Niveau spielen kann. Am Ende war ich halbwegs, saß halbwegs nach Aim-Offs. Mit einem Antenwasser wieder boostet es. Chrisarring. gehe ich gleich wieder auf demhiere Metti.